Das Hotel Maspalomas Lago liegt in Maspalomas in Gran Canaria. Das Hotel Maspalomas Lago ist beliebt unter den Gästen. 83% empfehlen das Hotel weiter. 124 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,4 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport- und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,2 von 6 Sonnen. Service. 5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Zimmer. Insgesamt zeigen sich die Gäste zufrieden mit den Zimmern des Hotels. 4,3 von 6 Sonnen werden hier vergeben. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,1 von 6 Sonnen als gut bewertet. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 3,9 von 6 Sonnen bedanken. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 3,8 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen.